Um in Choregraph Programme für Nao-Roboter zu entwickeln, muss man nicht unbedingt mit einem echten Roboter verbunden sein. In vielen Fällen genügt der virtuelle Roboter, der nur im Computer existiert. In der Regel ist man nach dem Start von Choregraph direkt mit dem virtuellen Roboter verbunden. Das sieht man daran, dass über der Menüleiste Connected to Virtual Robot auf Deutsch verbunden mit einem virtuellen Roboter steht. Sollte das nicht der Fall sein, klicken wir in der Menüleiste auf Connection, Connect to Virtual Robot und schon sind wir verbunden. Zusätzlich sieht man in den Roboteranwendungen unter Robot View unten rechts einen Roboter. Übrigens kann man über Edit, Preferences, Virtual Robot auch andere Roboter als virtuelle Roboter auswählen. Viele Anwendungen lassen sich so auf dem virtuellen Roboter wie auf einem echten Roboter entwickeln. Der virtuelle Roboter kann Bewegungen ausführen, sich fortbewegen und sogar über das Dialogfenster Dialoge führen. So lassen sich alle Roboteranwendungen gut vorbereiten und später, wenn ein echter Roboter zur Hand ist, darauf ausführen.